herzlich willkommen liebe zuschauer zum trading tipp an der börse geht es heute mal wieder gut nach oben der dax wieder über 12 3 gute zahlen hat zum beispiel taiwan semikontakte gebracht nachdem schon der chip zulieferer asml diese woche mit zahlen geglänzt hat der ausblick war zwar solide aber die aktie danach deutlich im kommen man erwartet vor allem im vierten quartal ein sehr gutes geschäft und das hat die ganze branche ein bisschen angeschoben und eben auch in finien in finien bringt noch etwas später zahlen im august ja hat sich von den tiefständen bei 14 euro wieder sehr gut erholen können 16 euro 60 mittlerweile wir sehen sie ein kleines kaufsignal mit dem sprung über hier diese marke von 16 20 16 30 und damit ist jetzt wieder der weg frei in richtung 200 tage linie die bei 18 euro verläuft das wären gute acht prozent etwa die wir hier machen können und das ganze ja dürfte spätestens mit den zahlen vielleicht zum zum zweiten quartal empfinden ja ein gebrochenes geschäftsjahr zum abgelaufenen quartal eben erreicht werden wenn wir die 200 tage linie überwinden sollten dann wäre der bereich um 20 und natürlich das jahreshoch hier im bereich von 21 euro 40 das wenn so dann die marken im anschluss wie gesagt das bild hat sich aufgehellt zinssenkungs fantasie ist mal wieder markt kann natürlich sich schnell ändern aber grundsätzlich hat sich das bild verbessert deswegen die empfehlung hier ein faktor long zertifikat unseres partners morgen stanley mf1 gg2 ist die wkn kostet 4 euro 53 ziel 6 euro mal auf sicht der nächsten acht bis zwölf wochen stopp kurs bei 3 euro 80 das war es schon wieder für diese handelswoche ich wünsche ihnen viel erfolg beim treten schönes wochenende und ich würde mich freuen wenn wir uns montag wieder sehen tschüss mehr b b b b b b b b Untertitelung des ZDF, 2020